Musik Die Vision, die wir hier erreichen wollen, ist in Schwerpunkten, wir nennen das Cluster, neue Laborflächen zu schaffen, neue Forschungsflächen zu schaffen, ob das im Bereich der Photonics ist, ob das im Bereich der Logistik ist. Wir machen Hotspots der Wissenschaft. Der RWTH Campus, wir sind ja zwei Bereiche, wir laden der Campus West, in der Summe sind es 800.000 Quadratmeter. Es sind 19 Cluster, die wir aufbauen, von denen sechs sozusagen bereits in der Arbeit sind. Das ist ohne weiteres ein Projekt, was zum Ende in seiner Vollkommenheit eine Milliardeninvestition ist. Zu uns kommen auch die Unternehmen, um gemeinsam mit uns zu forschen. Etwa die Firma E.ON, die Firma Ford, die Firma Bayer, Alcoa, die Aluminiumhersteller. Diese Liste kann man wirklich sehr, sehr lange erweitern. Ich bin mir ganz sicher, dass wir zum Schluss hier mehr als 2000 Unternehmen haben werden, die hier tätig sind. Es ist sicherlich so, dass es nirgends eine Universität gibt, die so viel Technologie in ihren Laboren anbieten kann, wie wir das können. Wir sehen im Augenblick keinen Standort, der diese Wachstumsdynamik entfaltet. Wenn es zum Beispiel um die Auftragsforschung geht, sind wir bundesweit die Hochschule, die die meiste Auftragsforschung macht. Wenn wir in den Bereich Lasertechnik gucken, molekulare Biologie oder Produktionstechnik, das sind Institute, die weltweit eine hohe Anerkennung haben. Es ist nicht nur eine Vision, sondern es funktioniert. Kommen Sie nach Aachen, investieren Sie mit uns in Ihre Zukunft. Kommen Sie nach Aachen, investieren Sie mit uns in Ihre Zukunft.